Der Betze fremd, und zwar an allen Ecken und Enden. In der Tabelle ist der 1. FC Kaiserslautern auf Tabellenplatz 16 abgerutscht. Dazu bröckelt der Zusammenhalt im Verein. Nur die Unterstützung der Fans, die es fand er außergewöhnlich, erhöht aber auch den Druck, vor allem auf die sportliche Führung. Die Trainung von Trainer Dimitrios Kravotts ist nach einem Sieg in 6 Ligaspielen, trotz Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale, durchaus nachvollziehbar. Der Stil ist aber fragwürdig. Kravotts wurde erst 3 Tage nach seinem letzten Spiel am Dienstag um 23 Uhr nachts entlassen und wurde sich am Tag danach von der Mannschaft verabschiedet. Der neue Mann, der jetzt retten soll, ist Feuerwehrmann Friedhelm Funkel. Seine Aufgabe als erstes, die Abwehr stabil bekommen und wieder die klingend benötigten Punkte holen. Aber auch er, die maximale Erfahrung im Park mit lauterer Vergangenheit, kann maximal den Brand auf dem Platz und in der Tabelle löschen. Für Sie vor Ort in Kaiserslautern, Dennis Bayer für Sky Sport News. Das ist ein bisschen häufig, aber geht, oder? Kleiner Kaffee, kleiner Kaffee, Kaffee, Espresso. Ja, genau. Das ist nicht häufig, ja, aber... Wir haben ganz kurz gebraucht, um nicht Volker Finke zu sagen. Sammy! Es ist für uns alle die sechste Stunde. Ja, richtig. Ja, gut, dann haben wir es ja jetzt vergessen. Jetzt haben wir vielleicht noch auf der Gangenheit. Die anderen Brenner muss der Verein schleunen, das ist ja nicht scharf, oder? Die andere Brenner muss der Verein schleunen, das ist ja nicht scharf, oder? Ja, das ist so... Egal, er ist nicht ganz so scharf jetzt. So, jetzt habe ich die Kontinuitätsprobleme, das war was... Ja, wir werden jetzt auch mit dem, oder? Waren aber rüber, da freuen die sich. Ja, wir hätten fast gesagt, dass wir uns die PK machen, oder? Genau. Können wir auch machen. Da auch, vielleicht bin ich da, kann ich nicht da sein. Können wir auch machen. Ja, jetzt ist es gleich die Tüme. Ja, wird so hoch. Ja, jetzt ist es gleich die Tüme. Warte mal, wir schalten gleich, ne? Hey! Oh! Soll ich direkt hierbleiben, bevor die Leip... Ja. Ja. Ja, ähm... Willst du sonst noch was holen? Bleibt bereit. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.